Die Unterwasserstation Rapture ist ein seltsamer Ort. In den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde sie von den größten Geistern der Epoche gebaut, um dort in der harmonischen Abgeschiedenheit einer perfekten Gesellschaft zu leben. Dann wurde sie durch irgendein Ereignis erschüttert, denn als sie den Ort betreten, ist keine lebende Seele zu sehen. Rapture verfällt. Moment, keine lebende Seele? Ganz richtig ist das nicht. Hier sehen Sie zum Beispiel einen Big Daddy und eine Little Sister. Und der Mann, den Sie im Hintergrund sprechen hören, das ist Ken Levine, der Chef von Irrational Games und der Macher von Bioshock, diesem Spiel her, dem geistigen Nachfolger von System Shock 1 und 2. Was Ken hier kommentiert, ist die E3-Demonstration von Bioshock vom Mai 2006. Sie sollten also drei Dinge wissen. Erstens, diese Version des Spiels ist bereits fünf Monate alt. Zweitens, die Szenen hier sind speziell zu Demonstrationszwecken gebaut. Und drittens, gespielt wird das Ganze auf einer Xbox 360, deswegen die etwas trägen Bewegungen der Kamera. Ken erzählt gerade, wie Bioshock das Shooter-Genre und speziell die künstliche Intelligenz der Gegner umkrempeln will. Gut, das sind die üblichen markigen Worte. Aber zumindest deutet uns das Beispiel hier an, was Ken meint. Denn der Big Daddy, der Bronzemann, beschützt die Little Sister, das Mädchen, bei ihrer Suche nach Genmaterial, Adam genannt. Die kleine Fleet vor uns, der Big Daddy, stößt uns zurück, ohne gleich anzugreifen. All das soll die KI dynamisch können, nämlich aufeinander und auf die Umwelt reagieren. Bioshock bedient sich in vielerlei Hinsicht beim Vorbild System Shock. Nicht nur bei der Stimmung, sondern auch bei den Rollenspielelementen, den genetischen Modifikationen, den Waffenaufrüstungen, den verschiedenen Munitionsarten. Apropos Munition, davon haben wir gerade keine. Deswegen können wir der Selbstschussanlage nicht entgegentreten, die hier schick das Innere einer Bar zerlegt. Bleibt uns nur die Option, daran vorbeizuhuschen. Dabei hilft uns eine unserer genetischen Fähigkeiten, der Speedboost. Solche Upgrades finden Sie im Laufe des Spiels viele, müssen aber selbst entscheiden, welche Sie erwerben wollen. Diese Frau hier kann ein Lied davon singen. Sie ist ein Splicer, eine genetische Mutation und wir ahnen, die Einwohner von Rapture haben wohl begonnen, mit dem Erbgut der Menschen zu experimentieren. Kurz darauf treffen wir auf einen lebenden Splicer. Keine so erfreuliche Erfahrung, denn mit ihren krallen Händen sind die Damen gefährliche Gegner. Noch dazu haben wir die falsche Munition im Lauf. Panzerbrechende Kugeln taugen hier nicht viel. Etwas später, ähnliche Situation. Wieder will uns ein Splicer an den Kragen. Diesmal haben wir Antipersonen-Munition dabei und nun genügend zwei Treffer. Aber die direkte Konfrontation ist längst nicht die einzige Lösung. In der großen Halle treffen wir auf einen Big Daddy samt Begleiterin, die tun uns nichts. Außerdem trabt hier ein Splicer herum, sie hat uns noch nicht gesehen. Die Konstellation können wir nutzen, indem wir den Big Daddy mit Pheromonen markieren, auf die Splicer reagieren. Passen Sie auf, was passiert. Die aggressive Dame attackiert den Bronze-Mann und wir nutzen die Aufregung, um kampflos vorbeizuruschen. Noch eine andere Möglichkeit. Rapture besitzt ein Sicherheitssystem mit Überwachungskameras wie der rechts im Bild. Wenn wir dort hineintappen, jagen uns Wachdrohnen. Das Wissen lässt sich ausnutzen. Den Splicer dort unten markieren wir mit einem Sicherheitssignal. Sofort springt die Kamera an und schlägt Alarm. Eine Drohne erledigt den Kampf, ohne dass wir uns einmischen müssten. Im Musikladen finden wir außerdem eine weitere Besonderheit, die System Shock Spieler schon kennen. Was mit Rapture passiert ist, erfahren wir Stück für Stück aus Audioaufzeichnungen der ehemaligen Bewohner. Noch ein technisches Detail zum Abschluss. Weil Bioshock unter Wasser spielt, legte Rational Games großen Wert auf die Darstellung des Wassers. Die geflutete Toilette demonstriert das mit Spiegelungen, Kräuselungen, laufendem und spritzendem Wasser anschaulich. Wie Ken Levine sagt, dem Spieler soll immer klar sein, dass um ihn herum Tonnen von Wasser darauf warten, Rapture zurückzuobern. Tonnen von Spielern dürften dagegen vor allem darauf warten, in den nächsten Monaten mehr über Bioshock zu erfahren. Der Bioshock-Designer Ken Levine sagt, er möchte das Shooter-Genre neu definieren. Ich glaube es. Ich glaube es vor allem auch deswegen, weil ich einfach der größte Bioshock-Fanboy auf der Welt bin. Die System Shock-Spiele habe ich geliebt und das, was wir da bisher gesehen haben und was Sie jetzt auch in dem Video sehen, das sieht doch fantastisch aus, liebe Zuschauer, oder? Stimmen Sie mir doch zu. Ich kann es nicht erwarten, bis dieses Spiel endlich erscheint.